Herzlich willkommen zu dem Screencast, wie formuliere ich meine Frage richtig. Dies ist ein Teil einer Miniserie von Screencast über die OER FAQ, unsere Suchmaschine für alle Fragen rund um Open Educational Resources. In diesem Video geht es um Tipps für eine erfolgreiche Suche. Zunächst führt die Adresse www.oer-faq.de zur Startseite von OER FAQ. Dort befindet sich auch der Suchschlitz. Tipp Nummer 1. Die Maschine erkennt Wortketten ab drei Buchstaben. Ausgenommen sind Abkürzungen von Creative Commons wie CC, BI, SA, NC und ND, sowie die Abkürzungen für Künstliche Intelligenz, KI, Verwertungsgesellschaft, VG und Dreidimensional, 3D. Diese Begriffe werden auch schon mit zwei Buchstaben erkannt. Tipp Nummer 2. Die Maschine kann nur mit ganzen Worten suchen. Eingegebene Worte werden mit den vorhandenen Worten in der Datenbank abgeglichen. Das heißt, dass nur vollständig ausgeschriebene Worte zu sinnvollen Ergebnissen führen können. Außerdem führen Tippfehler auch dazu, dass es keine passenden Ergebnisse gibt. Tipp Nummer 3. Die Suche mit Schlüsselwörtern kann besser funktionieren. Da die Maschine Wort für Wort abgleicht, kann unter Umständen die Suche mit einzelnen Suchbegriffen besser Ergebnisse liefern als mit ganzen Sätzen. Tipp Nummer 4. Umformulieren lohnt sich. Wenn die Suche unzufriedenstellende Ergebnisse liefert, kann ein erneuter Versuch mit Umformulierung vielleicht doch zu den passenden Ergebnissen führen. Mit Umformulierungen ist beispielsweise die Nutzung von Synonymen oder Nominalisierung von Verben gemeint. Zum Beispiel Verbreiten statt Teilen, Verwendung statt Verwenden. Das waren ein paar Tipps für eine erfolgreiche Suche mit OER FAQ. In den weiteren Videos der Miniserie Screencast How to OER FAQ werden beispielsweise genauer erklärt, welche Funktionen es bei OER FAQ gibt und wie die Ergebnisse aufgebaut sind.